Ihr Lieben, ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt es warm und 2024 war bisher gut zu euch. Hier auf dem Kanal und in meinem Podcast war es ein bisschen ruhiger in den letzten Wochen. Und ich möchte euch gerne erzählen, warum. Und vor allen Dingen möchte ich euch erzählen, was ich vor einem Jahr noch nicht für möglich gehalten habe und was tatsächlich passiert ist. Und ich möchte euch gerne erzählen, wie es dazu gekommen ist. Und vielleicht gibt es ja das ein oder andere, was ihr für euch mitnehmen könnt. Ich habe auf jeden Fall große Lust drauf und wenn ihr dabei seid, dann Rucksack auf und lasst uns gemeinsam auf die Reise gehen. Okay, wenn ich mich zurückerinnere, ein Jahr zurück, Januar 2023, wusste ich noch nicht viel. Vor allen Dingen wusste ich nicht, was mich erwartet in dem Jahr. Und das Einzige, was ich für mich sicher wusste, war, dass mein Buch erscheint. Mein Buch auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Und zwar ist es im März vor einem Jahr erschienen. Und in dem Jahr sind ein paar Dinge passiert, die ich so nicht für möglich gehalten hätte. Und ich möchte euch gerne drei davon heute erzählen. Also ein bisschen Geschichten aus meinem Leben. Und danach möchte ich gemeinsam mit euch schauen, was könnt ihr dafür mitnehmen für euch. Wie habt mich auch Achtsamkeit dabei unterstützt, Selbstführung und auch der innere Kompass. Und dann habe ich noch eine kleine Bitte an euch. Also, lasst uns rein starten und in die erste Geschichte gehen. Ich wusste, dass mein Buch rauskommt und ich wusste auch das Datum. Aber ich wusste noch nicht, ob es jemand kauft, ob es jemand interessiert, wie die Leute es finden. Und ich habe mich auf jeden Fall dafür eingerichtet, dass ein paar hundert Exemplare verkauft werden und ich vielleicht ein, zwei Mails bekomme und mir meine Freunde und meine Eltern sagen, dass ich da was Schönes gemacht habe. Und was dann passiert ist, hat mich tatsächlich überrumpelt, im positivsten aller Sinne. Und zwar habe ich so viele E-Mails von euch bekommen, so viele Nachrichten, so viele DMs, so viele Leute haben mich angesprochen und haben mir ihre persönlichen Geschichten erzählt. Und ich habe schon bei der ersten gemerkt, wow, krass, alleine für diese eine Geschichte hat sich der ganze Aufwand mit dem Buch gelohnt. Und ich bin einfach wirklich überschüttet worden mit diesen Geschichten. Und das hat mich echt vor allem durch die erste Jahreshälfte getragen. Und ich habe mich so ein bisschen gefühlt, als würde ich schweben. Und deshalb fühle ich ganz, ganz viel Dankbarkeit. Und vielleicht habt ihr es mitbekommen, vielleicht wart ihr ja sogar selber bei einem der Stopps. Ich habe eine kleine Lesetour gemacht, angefangen hier in Berlin, Hamburg, Bielefeld. Ich habe Lesungen gegeben in kleinen Hallen, in großen Hallen. Vor allen Dingen erinnere ich mich aber auch an eine Lesung an einem See, auf einem Festival und eine bei einer Konferenz auf einem Boot. Und diese Erinnerungen sind auf jeden Fall für die Ewigkeit. Und da freue ich mich sehr drüber. Und ein Highlight, und das ist der erste Punkt, was ich nicht für möglich gehalten hätte, war die Lesung in meiner Heimatstadt. Ich habe mich total gefreut, nach Lippstadt zu kommen. Die Stadt, in der ich lange gelebt habe, in der ich geboren bin, in der ich viele Freunde habe und Familie. Und wir hatten den Raum für ungefähr 30 Personen vorbereitet. Und ich war schon ready für meine Lesung. Und dann kamen immer mehr Leute und mehr Leute. Und wir haben einen Stuhl nach dem anderen noch rein, bis wir nachher 70 Personen in einem kleinen Raum hatten. Meine Eltern waren da, meine Mutter und mein Vater. Leute aus der Schule, die ich seit vielen Jahren nicht gesehen habe. Und Freunde, mit denen ich Hip-Hop gemacht habe. Und alle saßen in diesem Raum. Und für mich war es einfach ein riesengroßes Geschenk. Diesen Leuten erzählen zu können, was ich in den letzten 10 Jahren eigentlich gemacht habe. Und ein bisschen was aus meinem Buch vorlesen zu können. Also das ist, wie ihr euch vorstellen könnt, was ich so nicht für möglich gehalten hätte. Und über das ich mich wirklich sehr freue. Kommen wir zur zweiten kleinen Geschichte. Und zwar, wenn ihr aufmerksame Hörer in diesem Podcast seid, dann wisst ihr, dass ich eine Leidenschaft wiederentdeckt habe für mich im letzten Jahr. Und zwar die Leidenschaft zu rappen. Ich habe früher schon gerappt, so vom 16. bis 30. Lebensjahr. Und habe dann aber, als ich hier nach Berlin gezogen bin, komplett aufgehört. Und hätte es nicht für möglich gehalten, dass ich nochmal einen Text schreibe oder auf einer Bühne stehe. Und so vor ein, zwei Jahren hat es mich dann wieder gepackt. Ich habe hier und da ein bisschen was geschrieben. Vor allem auch so im Zusammenhang mit meinem Buch, in dem ja auch ein bisschen was über meine Hip-Hop-Zeit steht. Und dann waren die ersten Songs fertig. Und als ich meine erste Lesung gegeben habe, hier in Berlin, kam die Idee, wie wäre es, am Ende, so als kleiner Celebration-Moment, einfach zwei Lieder zu rappen, mit Gitarre begleitet. Und dann habe ich meinen guten Freund John Luck, liebe Grüße, gefragt. Und er hat tatsächlich Lust gehabt. Wir haben ein bisschen was eingeprobt. Und ich war sehr nervös, als dann dieser Moment kam. Wesentlich nervöser als vor der eigentlichen Lesung. Und es hat so einen Spaß gemacht. Und ich habe so tolles Feedback bekommen, dass ich dann entschieden habe, an jedem meiner Stops auf der Tour zu rappen. Einmal sogar komplett ohne Musik, einfach nur A Cappella. Immer mit einem anderen Gitarristen. Das war auch eine sehr spannende Erfahrung. Und das hat mich so motiviert, das Feedback der Leute, das Strahlen den Gesichtern, dass ich gedacht habe, okay, da ist meine Leidenschaft, da habe ich Lust drauf. Und dann bin ich voll eingetaucht und habe tatsächlich ein ganzes Album geschrieben und aufgenommen. Und heute ist der 12. Januar. Und das ist der Releasetag meines Albums. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist für mich ein ganz besonderer Tag. So ein Tag, wo ich mich zwei, dreimal schon gekniffen habe und gefragt habe, wow, ist das wirklich passiert? Also, ich habe ein ganzes Album produziert. Es ist heute erschienen. Es gab schon vier Videos dazu. Ich habe eine kleine Tour im November gespielt. in Deutschland, Österreich, in der Schweiz als Vorgruppe von Umse, einem guten Freund von mir, der ein bisschen bekannter ist in der Hip-Hop-Szene. Und ja, wow, was soll ich sagen? Das hätte ich so definitiv nicht für möglich gehalten. Und dafür bin ich super, super dankbar. Kommen wir zu dem dritten Punkt, zu der dritten kleinen Geschichte. Und zwar, und das hätte ich wirklich auch nicht gedacht, in ungefähr ein halbes Jahr, nachdem mein Buch erschienen ist, kam auf einmal eine neue Idee für ein Buch zu mir. Und zwar war das auf dem Weg zu einem Kundentermin oder beziehungsweise zum Hotel, bevor ich einen Workshop gegeben habe in Bayern. Und auf dem Weg kam mir eine Idee. Und dann habe ich mich im Moment hingesetzt und das erste Kapitel geschrieben. Und dann am nächsten Tag im Zug das zweite Kapitel geschrieben. Und mittlerweile habe ich fast die Hälfte des Buches schon fertig. Schaue gerade nach einem Verlag. Und bin einfach total geflasht davon, wie das so schnell passieren konnte. Und wie so schnell die Lust und das neue Thema da war. Und ich bin super gespannt darauf, wie es weitergeht. Und gespannt darauf, das dann später mit euch zu teilen. In dem Buch geht es um den Umgang mit Unsicherheit. Der Arbeitstitel ist Sicher, Unsicher. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich im letzten Jahr wahnsinnig viele Momente der Unsicherheit hatte. Ob es die Veröffentlichung des Buches war, die ersten Rap-Songs, die ich anderen vorgespielt habe, die Tour, wo ich plötzlich vor 400, 500 Leuten auf der Bühne stand. Und das Schöne ist, dass ich all diese Momente der Unsicherheit mitnehmen konnte und in diesem Buch verarbeiten konnte. Und deshalb bin ich einfach gerade sehr dankbar, weil da gerade so viel für mich zusammenkommt. Genau. Und diese drei Geschichten habe ich euch erzählt, weil ich einfach Lust hatte, mit euch zu teilen, wo ich gerade stehe auf meiner Reise. Und ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, wie konnte das passieren? Also, wieso sind so viele Dinge passiert, von denen ich vor einem Jahr noch nicht gedacht hätte, dass sie eingetreten sind? Und ich glaube, dass ein wichtiger Baustein, und das ist vielleicht wenig überraschend, für mich Achtsamkeit, Selbstführung und der innere Kompass sind. Und ich möchte euch das gerne an dem Beispiel mal vorstellen. Achtsamkeit ist die Fähigkeit, wirklich präsent zu sein, fokussiert bei der Sache, die man gerade tut, nicht mit den Gedanken in der Vergangenheit oder der Zukunft, und in Verbindung mit sich selbst, mit seinen Emotionen, seinem Körper. Selbstführung ist die Fähigkeit, sich Ziele zu setzen und diese Ziele dann Schritt für Schritt zu erreichen, mit Rückschlägen gut umzugehen und daraus zu lernen, mit Unsicherheit umzugehen. Und der innere Kompass ist die Verbindung zu unserer Intuition. Und das ist was, was ich gerade für mich sehr entdecke. Und ich habe mir am Anfang des Jahres, als das Buch rauskam, gesagt, hey, ich möchte gerne dieses Jahr wirklich konsequent nach dem Buch leben und meiner Intuition folgen. Das heißt, wenn ich unsicher bin, mein Kopf sagt das, mein Bauch sagt das, mein Herz sagt das, dass ich dann das mache, was mein Herz sagt, mein Körper mir sagt, auch wenn ich in dem Moment nicht weiß, wo es mich hinführt und auch wenn es vielleicht unvernünftig klingt. Und ich war tatsächlich auch häufig verunsichert und wusste nicht, bin ich da auf dem richtigen Weg? Ist das gerade totaler Quatsch, was ich mache? Warum rappe ich jetzt gerade, statt mich um neue Kundinnen zu kümmern für unser Unternehmen? Warum schreibe ich ein zweites Buch, obwohl das erste gerade erst rausgekommen ist? Warum organisiere ich eine Lesetour komplett alleine, obwohl ich weiß, dass ich damit kein Geld verdiene und sogar ganz viel Aufwand habe? Und am Ende des Jahres habe ich aber einfach das Gefühl, alles sollte genauso sein, sollte genauso kommen und ganz viel Dankbarkeit und Freude darüber. Und es gibt noch eine weitere Sache, die ich dieses Jahr probiert habe. Und genau darum geht es im zweiten Buch. Und zwar habe ich in Momenten der Unsicherheit in mich reingespürt und mich gefragt, ist da auch eine Neugier? Ist da auch ein Abenteuergeist? Ist da auch eine Entdeckerfreude? Und wenn ich festgestellt habe, ja, da ist auch eine Neugier, dann habe ich mich, und das ist nicht leicht gefallen, häufig für die Leidenschaft entschieden, für die Neugier. Und es gab sehr viele Situationen, in denen ich vor einem Jahr noch gesagt hätte, das macht man ohne mich, lass mich da mal raus. Und ja, jetzt einfach mit dieser Challenge, die ich dieses Jahr hatte, der Unsicherheit zu begegnen und zu schauen, ob es auch eine Neugier gibt und mich im Zweifel immer für die Neugier zu entscheiden, das hat mich zu ganz vielen großen Abenteuern gebracht. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und was mir im letzten Jahr auch noch mal wirklich bewusst geworden ist, ist, dass wir überschätzen, was an einem Tag möglich ist und unterschätzen, was in einem Jahr möglich ist. Also wir denken, an einem Tag kann man viel, viel mehr schaffen und sind da meist enttäuscht davon, dass es nicht geschafft wurde. Und wir unterschätzen, wie viel man schaffen kann in einem Jahr, in fünf Jahren, in einem Leben. Und das ist mir dieses Jahr noch mal wirklich bewusst geworden. Und vielleicht geht euch das ja auch so, dass ihr jeden Tag eine To-Do-Liste habt und dass ihr abends so mit dem Gefühl ins Bett geht, ah, ich habe heute nicht genug geschafft oder meine Ziele nicht erreicht oder eigentlich hätte ich doch noch so viel machen wollen. Das ist ein Lebensgefühl, was ich sehr gut kenne. Und dann aber zu sehen, wenn man sich mal so einen Moment nimmt und innehält und zu sehen, was alles geschafft wurde in einem Jahr oder über einen längeren Zeitraum. Das erfüllt mich mit großem Glück und das motiviert mich total für dieses Jahr. Vielleicht geht es euch ja auch so. Genau, das als kleines Update von mir. Und jetzt ist 2024. Das Jahr liegt vor uns und ich habe überhaupt keine Ahnung, was passiert. Ich habe aber eine Bitte mitgebracht. Und zwar habe ich sehr stark gespürt in diesem Jahr, wie herausfordernd das ist, ein Buch rauszubringen, wie herausfordernd das ist, ein Unternehmen zu leiten, wie herausfordernd das ist, Musik zu machen, wenn wenig Budget da ist für Marketing, wenn kein großer Vertrieb, kein großer Publisher dahinter steht, der das Ganze unterstützt und wenn man auch nicht die große Reichweite hat und die besondere Stellung, Lösung, also zum Beispiel ein Prominenter eine Prominente ist oder ein Influencer eine Influencerin. Und die Lösung ist harte Arbeit und da habe ich ganz, ganz viel letztes Jahr reingesteckt in diesen Podcast, in meinen YouTube-Kanal, in meinen Buch und alles, was drumherum passiert ist. Und ich kann eure Hilfe gebrauchen. Und zwar kann ich eure Hilfe gebrauchen, einmal, wenn euch das gefällt, was ich mache, dass ihr die Sachen liked, dass ihr vielleicht drüber postet oder sie Leuten empfehlt. Und ich kann eure Hilfe gebrauchen, wenn ihr selber in einer Rolle seid, dass ihr zum Beispiel einen Podcast habt oder für ein Magazin schreibt oder Events organisiert oder wenn ihr vielleicht jemanden kennt und einfach mal sagt, hey, ich kenne da jemanden. Und mir fällt es schwer, nach Hilfe zu fragen, weil ich so den Glaubenssatz habe, ich muss alles alleine schaffen und den Glaubenssatz habe, ich will niemandem zur Last fallen. Aber das viele positive Feedback, was ich von euch dieses Jahr bekommen habe, das hat mich einfach bestärkt darin, dass ich nicht alleine bin und dass ich auch um Hilfe bitten kann. Und deshalb, vielleicht habt ihr Lust, vielleicht hast du Lust, dir einen kurzen Moment zu nehmen und zu schauen, wo kannst du diesen Kanal supporten, wo kannst du das Buch supporten und wo gibt es eine Möglichkeit, ein bisschen Aufmerksamkeit für dieses wichtige Thema zu bekommen. Okay. Ich wünsche dir ein großartiges Jahr und verabschiede mich jetzt in vier Wochen, in denen ich auf einem Retreat in Griechenland sein werde mit meiner Frau. Das heißt, nach diesem Video gibt es auch erstmal ein paar Wochen keinen weiteren Content, aber ab Mitte Februar bin ich wieder am Start und ich habe schon einige super spannende Gespräche geschedult und habe ganz viele Leute kennengelernt, die ich euch gerne vorstellen möchte. Also, alles Liebe und bleibt achtsam. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt gibt es problemas,